Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich solche LS-Schalter anschließt und so man natürlich auch Leitungsschutzschalter und Sicherungsautomaten richtig einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich hier eine Unterverteilung und ich habe den FI-Schalter hier vorne auch schon von oben einmal richtig angeschlossen. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch diesen dreipoligen und vor allem auch die einpoligen Leitungsschutzschalter einmal richtig an meiner Leitung anschließen. Bevor wir beginnen, sollten wir aber bitte unbedingt die 5 Sicherheitsregeln für Strom beachten und dafür sind spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller. Wenn dann alles 100% spannungsfrei ist, schauen wir uns den LS-Schalter mal noch etwas genauer an. Und vereinfacht gesagt, müssen wir einfach die abgehenden Außenleiter, die hier unten ja bei unserem FI-Schalter sind, auf die einzelnen LS-Schalter hier rüberbrücken. Das Ganze muss aber auch gleichmäßig verteilt werden, dass einfach die Last auch gleichmäßig verteilt ist. Das bedeutet einfach, hier haben wir L1, L2, L3 und wir müssen jetzt auch hier drüben mit L1, L2, L3 weitermachen und dann fängt es wieder mit L1, L2 an. Bedeutet, nicht L1 auf jeden einzelnen LS-Schalter hier draufbrücken. Früher war diese Arbeit sehr aufwendig, da hat man sich nämlich solche Brücken mit einem Querschnitt von 1,5 oder 2,5 Quadratmillimeter selber hergebogen und dann natürlich auch in die entsprechenden Anschlüsse hier vorne hineingegeben, festgeschraubt und dasselbe Spiel dann mit den anderen Außenleitern auch weitergebrückt. Heutzutage ist das deutlich leichter, da gibt es nämlich solche speziellen Phasenschienen, da wird die Last auch ordentlich verteilt, bedeutet wieder L1, L2, L3 und so geht das ganze Spiel dann auch weiter. Da außen natürlich bei unserem Neutralleiter, da wird das ganze freigelassen, da es sonst nicht funktionieren würde und diese Phasenschiene, die kann man jetzt einfach hier hinten in die entsprechende Öffnung auch hineingeben. Ich drücke die Schiene also mit einer Hand einmal ordentlich nach oben und kann mit der anderen Hand auch schon meine Schraube mit 2,8 Newtonmeter anziehen, dasselbe Spiel mache ich dann nämlich auch auf der anderen Seite genauso und dann kann die Schiene nämlich auch schon gar nicht mehr von alleine runterfallen und wir können unsere anderen Schrauben auch einmal ordentlich festziehen. Wichtig ist, dass wir natürlich bei unserem Neutralleiter jetzt hier vorne auf gar keinen Fall die entsprechende Leitung für unseren Block hier oben vergessen dürfen. Die freien Stifte hier hinten, die wir nicht benötigen, bitte unbedingt mit so einem speziellen Berührschutz abdecken, dass da natürlich auch nichts passieren kann und dann haben wir unsere Eingangsseite von den LS-Schaltern nämlich auch schon richtig verdrahten und wir können jetzt bei der Ausgangsseite hier oben weitermachen, was ja schlussendlich auch diese Leitungen zu unseren einzelnen Stromkreisen sind. Wichtig ist, dass unsere Leitungen auf jeden Fall lang genug sein sollten, in meinem Fall habe ich das Ganze mal circa 20 bis 30 Zentimeter hier noch nach unten weiter überstehen lassen, kann bei dir natürlich auch noch etwas länger sein, dass unsere Außenleitungen später auch ordentlich gebogen werden können und die Länge dann auch auf jeden Fall ausreicht. Außerdem habe ich noch darauf geachtet, dass ich hier oben meine Leitung ordentlich beschriftet habe mit einem einfachen Stift, zum Beispiel Herd-EG für Erdgeschoss oder auch Gäste-WC-EG, dass wir natürlich sofort wissen, wo unsere Leitungen auch hingehören. Außerdem habe ich mir noch Gedanken gemacht, wo natürlich die Leitungen in diesen Verteilerkasten hineinkommen sollten. Hier außen würde es zum Beispiel wenig Sinn machen, da ich ja hier meine Neutralleiterklemme und auch hier meine LS-Schalter habe. Bedeutet, den Außenleiter, den werde ich hier außen einmal langführen und komme hier dann direkt rein, weswegen ich meine Leitung auch hier auf der linken Seite eher einführen möchte. Ich mantel meine Leitung also mal von der Höhe in etwas so ab, dass sie hier dahinter verschwindet und ich auch je nach Modell hier oben noch eine ordentliche Zugentlastung hätte. Gebe meine Leitung an der entsprechenden Stelle einmal hinter meiner Neutralleiterklemme auch ordentlich durch und kümmere mich persönlich am liebsten dann erst einmal um meinen Neutralleiter. Den gebe ich jetzt einfach mal hier hinten auch durch, schaue, dass ich ihn auch sauber ganz nach hinten bei meinem Unterverteiler anbringe. Biege ihn mir etwas nach vorne und dann kann ich ihn nämlich auch schon auf die entsprechende Länge hier abkürzen. Isoliere ihn mir genau auf 12 mm ab. Biege ihn mir wieder etwas nach oben und dann kann ich ihn auch schon von links gesehen in die erste Klemme mal hier unten hineingeben. Das Ganze sollte normalerweise per Hand auch ganz einfach möglich sein und falls nicht, dann kannst du natürlich auch noch im Notfall so eine Spitzzange zur Unterstützung dazu nehmen. Beim grün-gelben Schutzleiter gehen wir genauso vor. Zuerst müssen wir uns diesen mal wieder ordentlich hinbiegen, dass es natürlich am Ende auch nach was ausschaut. Das Ganze natürlich auch nach vorne biegen und ich kann ihn mir wieder auf die entsprechende Länge abschneiden. Falls du übrigens mal einen kleinen Fehler gemacht hast oder möchtest zum Beispiel den Schutzleiter jetzt hinter diesem braunen Außenleiter durchführen, ist das auch kein Problem. Einfach einen kleinen flachen Schraubendreher zur Hand nehmen und dann haben wir hier oben nämlich noch so eine kleine Öffnung, wo wir einmal mit diesem hineindrücken können und danach lässt sich auch schon der Leiter wieder ganz einfach entfernen. Und wenn wir ihn dann wieder an der richtigen Position haben, können wir natürlich wieder in die passende Öffnung hier hineingeben. Neutralleiter und Schutzleiter passen und jetzt müssen wir von unserem Herd auch unsere drei Außenleiter mal noch auf die LS-Schalter hier unten drauf bekommen. Direkt in der Mitte runterziehen, das schaut nicht sauber aus und wir möchten natürlich auch noch im Notfall etwas Reserve übrig haben, weswegen wir unsere drei Außenleiter jetzt auch mal etwas nach außen biegen. Das fahrt man nämlich relativ gerne auf der Seite immer hier runter und dann können wir nämlich hier auch schon einen Knick rüber machen und erst unseren braunen auf L1, unseren schwarzen auf L2 und unseren grauen auf L3 drauf geben. Hierfür biege ich mir meine Außenleiter an der passenden Stelle mal um 90 Grad nach vorne und kann sie dann auch mit dem Seitenschneider alle auf dieselbe Länge abkürzen. Gebe ich sie als nächstes von oben in die vorderen Klemmen einmal hinein und kann sie von oben auch schon mit einer Hand wieder nach unten drücken, dass sie natürlich auf jeden Fall in der Klemme danach richtig drin sind und mit der anderen Hand wieder mit 2,8 Newtonmeter festdrehen. Den dreipoligen LS-Schalter haben wir somit auch schon richtig angeschlossen und beim einpoligen LS-Schalter geht es eigentlich genauso, nur dass wir am Ende nicht drei Außenleiter haben, sondern normalerweise nur einen braunen L1. Und somit haben wir unsere verschiedenen Leitungsschutzschalter jetzt auch schon richtig angeschlossen und im schlimmsten Fall, falls man später mal eine Fehlersuche machen muss, kann man die einzelnen Leiter auch wirklich ordentlich nachverfolgen. Auch hier oben schaut es auf jeden Fall sauber aus und wir beginnen jeweils von der linken Seite, dass man das Ganze natürlich auch viel besser nachvollziehen kann. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch dreipolige und einpolige Leitungsschutzschalter, so eine Phasenschiene oder natürlich auch so einen speziellen Berührungsschutz zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken, du kommst direkt zu den Produkten ab Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.